So, da sind wir wieder. Nach einem fleißigen Arbeitstag. Ein paar uholsame Stunden mit Metro-Last-Light und grauen Bildern der Verwüstung. Da ist er, der Sumpf. Ja, wunderschön. Die Basis ist genau auf der anderen Seite, in der Kirche. Von hier kann man sie nicht sehen. Da ist eine motorisierte Windenfähle. Sie braucht Treibstoff. Im Flugzeug oder im Lager der Tankstelle solltest du etwas finden können. Bleib aus dem Wasser raus, wenn du leben möchtest. Tja, das war's. Viel Glück, Artyom. Oh, du gehst? Ja. Gut, dann tschüss. So, also im Flugzeug oder im Lager der Tankstelle. Sollte ich dann beides erstmal angucken gehen. Und die soll mich vom Wasser fernhalten. Ah, ich hab einen neuen... Eintrag. Ne. Ich finde Treibstoff für die Wind... Windenfähre. Mal gut. Oh. Bin ich jetzt in der Back gefangen? Ach nein, bitte nicht. Ach, ich wollte schon sagen. Das wäre doch jetzt richtig scheiße gewesen. Zwei Meter gegangen, ab in den Back. Hier stehen so Poller mit Markierungen. Scheiße, das ist ja ein richtiger Sumpf. Kacke. Oh oh. Fliegt hier irgendwo so ein Dämon rum, oder was? Hoffentlich nicht. Boah, hab ich mich erschreckt. Alter. Junge. Boah, ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich nehme mal an, dass ein Dämon kein Flugzeug betreten kann. Lecker, lecker. Boah. Fuck. Boah, ich kriege ja einen Herzinfarkt nach dem anderen. Oh. Oh. Meine Fresse. Okay, also hier ist kein Treibstoff. Ich hab mich nur wieder zu Tode erschreckt. Ja, kacke, dann wohl eine Tankstelle, würde ich sagen. Und, geil. Hier gibt es, äh... Claymores. Mir ist der Name schon gerade fast nicht eingefallen. Sonst war hier aber das leer, ne? Ja. Ach, kacke, ich dachte jetzt, vielleicht... ...habe ich direkt am Anfang mal Glück und finde Treibstoff in der Tankstelle, aber nein. Oh, oh. Ich soll ja nicht ins Wasser treten. Es mag vielleicht ein bisschen ängstlich aussehen, wenn ich hier durch die Gegend laufe. Aber ich will das Spiel einigermaßen... ...oh. Oh, fuck. Okay, ich glaub, das überlebt man nicht zwangsläufig jedes Mal. Hier sind doch diese Poller. Hier kann man doch lang. Oh, scheiß Dreck. Okay. Ich hab einen neuen Eintrag. Ne. Tagge den Motor auf. Aber wo? Zeig mir, da kommt was in die Richtung, wo ich hin muss. Ich glaube schon. Oh. Ich dachte, der kommt ja nicht rein. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab ein wenig auf mich aufmerksam gemacht. Scheiße. 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 Ich verpiss mich einfach mal hier. Und dieser fucking Dämon-Kreischen noch rum. Oh, Schauschützungsgewehr? Ne. Schnell weggebe, bevor ich noch mehr Besuch bekomme. Also, wenn der Kompass mir die Richtung sagt, dann muss ich ungefähr in diese Richtung. Oder? Ah, da ist er. Okay. Okay, Speicherpunkt. Okay, Speicherpunkt. Und mein Sauerstoff ist leer. Junge. Der ist schon tot. Ah, fuck you. Ne, was hab ich gemacht? Nicht Tee. Nachladen. Ach, fuck dich doch, du schleimiges Scheich. Wie viel hält das aus? Meine Fresse. Habe ich überhaupt Spezialmunition oder warum brennt die? Krass, kämpfen die jetzt gegeneinander? Ich lass die einfach mal gegeneinander kämpfen. Scheiß, Dreck. Scheiß, Dreck. Ja, und was jetzt? Kann ich das Ding irgendwie aktivieren oder so? Ne, anscheinend nicht. Die Lampe leuchtet. Ich kann hier drauf gehen. Ah, Hebel. Okay. Das muss ich ja einfach überleben, wahrscheinlich. Wäre ja sonst kein Ego-Shooter. Ach, geschafft. Puh. Gut. Ich machte ziemlich viel Lärm, während ich mich durch den Sumpf kämpfte. Wenn in der Kirche wirklich unsere Leute sein sollten, werde ich sie bald treffen. Hoffentlich. Ansonsten hätte sich die ganze Mühe nicht gelohnt. Dann werde ich wieder gefangen genommen und muss wieder flüchten. Und so weiter und so weiter. Ah, krass. Ist schon ziemlich dunkel geworden. Ich fahre hier anscheinend schon ziemlich lange durch die Gegend. Hä? Äh, eben war doch der Motor noch auf der... Ne, schon gut. Ein Fehler. Aber die Atmosphäre von dem Spiel ist so krass. Gut, ich bin da. Speicherpunkt. Muss ich hier noch die Kirche finden. Da hinten, das ist radioaktiv. Radioaktiv, alles hier drin. Ah. Ja, Leute, tut mir leid, aber ich sehe auch irgendwie keine Kirche. Nur radioaktives Gras. Das ist alles drin. Hier ist ein Lagerfeuer, hier war auf jeden Fall schon mal irgendjemand und hat rauskampiert. Die trotzen der Schwerkraft, die Autos. Scheißdreck. Fuck. Ich bin schon wieder in dieses scheiß Wasser reingefallen. Leck mich doch, Alter, das darf mir nicht nochmal passieren. Das ist das Monster von eben? Speicherpunkt, okay. Darf ich hier noch nicht wieder in das Wasser fallen? Alter. Verpisst dich, du scheiß Fiech. Meine Fresse, lass mich doch in Frieden. Wie viel das aushält. Wenn es weitergeht, habe ich gleich keine Munition mehr. Aber und das ist das Wasser. Und dann bis zum nächsten Mal.